Hier geht's runter. Ja. Der Turm. Der Glöckenturm, stütz dich! Vorsicht! Knutzt nicht so! Bewegt eure Ärsche! Das ist ihr einziger Ausweg und ihre Zeit ist genauso knapp wie unsere. Bleibt wachsam! Entreißt der Schenderin den Sohn! Jawohl! Ich hoffe, Sophia lebt noch. Ich würde gern mal jemanden kennenlernen, der uns nicht umbringen will. Wusste doch, das sind die Kranten, was nicht stimmt. Groß an der Schicke! Wurzeln! Was? Was ist das? Was? Ich hätte nie gedacht, dass die Ratten mal so mächtig werden. Hoffentlich bleiben die hier, wenn wir weg sind. Das hängt ganz von Hugo ab. Ugo, bitte bleib. Bleib bei uns. Ich bin hier. Dann bleib. Bitte. Ich bin hier. 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 Auschwärmen, findet sie! Ich bin dabei. Los, hoch da! Schon dabei! Los, hoch da, los, hoch da, los, hoch da! Los, los, los. Ganz ruhig. Wir schaffen das. Los, los, los. Komm, hoch mit dir. Aha. Los, los. Los, los. Los, los. Los, los. Kletter hoch. Los, los. 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 Los. Los, los. Los, los. Los, los. Los, los. Los, los. Los. Los, los. 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 Los, los. Los, los. 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 Und heppend! Alles klar. Wir müssen springen. Ja. Ja. Seht ihr, Leute? Das schweigt Kunst gar nicht mehr. Verdammt. Schnell, wir müssen näher ran. Das ist also der Arno. Der Mann, den man den Wald nennt? Ja. Wir müssen ihn retten, auch wenn er es nicht verdient. Aha. Ihr habt ja eine nette Truppe zusammengestellt. Komm, hoch mit dir. Kletter hoch. Aha. Eine Feder. Ugo, sieh mal. Ich weiß nicht, zu wem die gehört, aber möchtest du sie haben? Warum? Weil du sie magst. Hier, nimm sie. Ja, es wird alles gut. Bald. Bald. Was haben wir da Schönes? Dann mal an die Arbeit. Genau, was ich brauche. Mann. Das war's für heute. Und hepp. Hoch. Alles klar. Ach, wie findest du dein Halsband da noch? Ist das der Fall? Ha, sieht eher aus wie ein Haufen Scheiße. Hier geht alles vor die Hunde. Zur Hölle mit dem Henker. Scheiße, ja. Der Bastard hat meine Kameraden getötet. Zur Not mache ich ihn selbst kalt. Leise. Schlechter. Der stirbt schon klar und jetzt Maul halten. Gehen wir näher ran. Ziemlich viel los. Ja, macht euch bereit. Da stehen Krüge mit Teer direkt neben ihm. Jetzt, Demicia. Tu was. Mach ich. Wir sind Chiano. Wer braucht es nicht? Kommt ihr den Rest? Sei still. Wir bringen dich hier weg. Aha. Was? Da, die Schenkerin. Da. Nehmt ihr die Zoo weg? Nein. Bleib bei mir. Vertraue dir, Hugo. Das ist nicht nur für uns. Der Sohn gehört der Welt. Er ist unsere Zukunft. Kämpft für sie. Du bist der Fluch dieser Inseln. Sei still. Ignorier sie, Hugo. Wir sind bei dir. Wir gehen nach Hause. Ugo. Töte die Drecksäcke. Ich habe noch Extinguis. Ich helfe euch. Ach, Amicia. Nein. Geh mir näher ran. Ziemlich viel los. Ja, macht euch bereit. Da stehen Krüge mit her, direkt neben ihnen. Jetzt, Amicia. Tu was. Mach ich. Wir sind hier. Ich kann es nicht. Kommt ihr den Rest geben? Sei still. Wir bringen dich hier weg. Ha. Was? Da, die Schenkerin. Sind ihr den Zoo weg? Nein. Bleib bei mir. Vertraue ihr, Hugo. Das ist nicht nur für uns. Der Sohn gehört der Welt. Er ist unsere Zukunft. Kämpft für sie. Du bist der Fluch dieser Inseln. Sei still. Ich habe noch Extinguis. Ich helfe euch. Ja. Zu mir. Ich brauche einmal zuvor bei mir. Da kommen noch mehr. Du, der King ist Miststück. Unsere Gräfe, meine Dienerin des Lichts. Und du hast sie ermordet. Sie ist gestorben, weil sie die Wahrheit nicht hinnehmen wollte. Genau wie ihr. Da. Da. Der gehört dir. und du hast sie. Gah! 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 Ja 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 Halt sie auf Noch mehr, hält sie für mich Ah 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 Ich brauche alle mal zu vork bei mir Da kommen noch mehr! Holt euch den Sohn um jeden Preis! Halt durch, Amicia! Du schaffst es! Ja! Sie kriegen Verstärkung? Bitteschön! Na los! Mach die Hand, Sanger, fertig! Was mache ich hier denn gerade? Gute Frage! Ich blende ihn! Jetzt du, Amicia! Gute Frage! Gute Frage! Nichts passiert! Er ist unser Rettung! Ha! Genau! Das geht mit uns noch zu jettet! Sehr schön, das ist aus dem Typen! Vorsicht! Dann bringe ich dich um! Entgeblendet! Nein! Die kriegen dich nicht, Ygro, versprochen! Es reicht! Gut, nimmst du mir jetzt bitte das verdammte Seil ab? Ja, stimmt. 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 Wursicht! Da kommt die schwere Truppe! Ich hab genug Schaden angerichtet! Oh nein! Ygro, bleib hier! Das ist ein Schnelltod! Niemals! Wir werden dich retten, Sohn! Falsch! Ha! 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 Verdammt nochmal! Es ist vorbei! Geschafft, Ygro! Ja! Atme durch! Beruhig dich! Wir befreien jetzt Anno, ja? Ja! Ja, bitte! Na gut, also dann komm mit! Ugo meinte, es wäre seiner. Sophia! Hat ja ganz schön gedauert. Kommt an Bord. Du machst ne Pause. Wartet. Eure Mutter. Sie kommt nicht mehr. Wir müssen los. Jetzt. Verstehe. Ich werde dann mal. Du, komm. Sie kommt niemals mehr. Ich weiß. Ich wollte ihr doch noch so viel erzählen. Ich auch. Aber sie wusste. Sie wusste alles. Glaub mir. Du warst ihr größtes Geschenk, weißt du. Sie liebte dich so, wie du bist. Wie sie dich geboren hat. Wir werden leben. Und wir werden heilen. Die Narben werden bleiben. Durch sie vergessen wir nicht. Und sie helfen zu akzeptieren. Bis sie weniger schmerzen. Wir werden sie noch nicht. Wir werden nämlich was. Wir werden noch mal kregen. Wir werden noch mal kregen. Wir werden sie berühlt. Ich habe das in der Mitte. Wir werden noch mal kregen. Untertitelung des ZDF, 2020